Hals und Beinbruch Was? Willst du damit sagen, du hast ein Mädchen mit an Bord gebracht? Wozu? Das dürfte wohl die dämlichste Frage des Jahrhunderts sein Ich mach jetzt Yoga Oh, das ist sehr vernünftig Wer uns sicherer in deinem Alter? Wenn du so weitermachst, dürfte bald nicht nur mein Selbstbewusstsein auf ein Minimum zusammengeschrumpft sein Laut Statistik sind nun mal 60% aller Männer über 40 in zunehmendem Maße auf herausfordernde junge Brüste fixiert Was zum Teufel bedeutet das? Eine Art Notruf vielleicht Ach, sehen Sie mal Sie haben ja eine Muschel gefangen Damit sind unsere Mahlzeiten gesichert Man dreht mit der linken Hand Den kleinen Messingknopf nach rechts Während man mit der rechten den Schwengel packt Und kräftig auf- und abpumpt Klar? Aber lass zum Gottesdrin dabei nicht die Tür aufstehen Was ist das? Auf dem Etikett steht Wodka Vor dem Frühstück? Nee, steht immer drauf Scotch on the rocks Und vergiss nicht, oben geht am meisten rein Oh, what a wonderful feeling Na, 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 na Na, au Aber, oh Gott Nein Nein Oh Gott, oh Gott Oh Gott Oh Gott Vielen Dank.